Hallo und herzlich willkommen bei Campus Radio Karlsruhe. Ich bin Nico und darf euch heute zur vierten Folge unseres Formats Mystery Biography begrüßen. Bei Mystery Biography geht es darum, dass ich euch ein paar Meilensteine aus dem Leben einer bedeutenden Persönlichkeit erzähle, ohne euch die Identität von dieser zu verraten. Wer anhand der Infos eine Idee hat, wer die gesuchte Person sein könnte, kann einen Vorschlag an redaktion.campusradio-karlsruhe.de schicken und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei jeder neuen Folge coole Preise. Viel Spaß beim Raten! In der letzten Folge habt ihr Stationen aus der Biografie von Rosa Luxemburg gehört. Der Mensch, den wir heute suchen, kann gut und gerne als unternehmerisches Genie bezeichnet werden. Als Kind einer Kaufmannsfamilie baute die gesuchte Person ein eigenes Geschäftsimperium auf. Dabei basierten ihre Unternehmungen nicht nur auf guten Investments und schlauen Geschäftsentscheidungen, sondern auch politischer Einflussnahme bis hin zur Korruption, um die eigenen Geschäfte abzusichern. Durch diese Praktiken nahmen sie entscheidenden Einfluss auf wichtige europäische Entwicklungen, die die Geschichte Europas bis heute prägen. Zunächst deutete jedoch nichts auf die steile Geschäftskarriere unserer mysteriösen Persönlichkeit hin. Als jüngstes von sieben Kindern war ihr eine Karriere im Kloster vorherbestimmt. Ein in dieser Zeit nicht unübliches Schicksal. Doch durch den frühen Tod dreier Geschwister erhielt unsere gesuchte Person schließlich doch eine kaufmännische Ausbildung, dazu noch im Handelszentrum ihrer Zeit, der italienischen Metropole Venedig. Unter anderem lernte sie dort die doppelte Buchführung kennen, eine ansonsten noch nicht weit verbreitete, dafür aber umso wichtigere Innovation im Handel. Doch eine gute und erfolgreiche Ausbildung ist noch keine Garantie für ein erfolgreiches Geschäftsleben und so machte sie sich daran, wichtige Kontakte in die politische Elite der Zeit zu knüpfen. Ausgangsbasis hierfür war, dass unsere gesuchte Persönlichkeit begann, das Geld aus dem Familienunternehmen zu verleihen. Zu ihren wichtigsten Geschäftspartner entwickelte sich dabei das Haus Habsburg. Als Gegenleistung erhielt sie das Recht an österreichischen Silberminen. Die Montanindustrie begann, unsere mysteriöse Geschäftsperson dabei mehr und mehr zu interessieren und so investierte sie auch in Kupferminen im Königreich Ungarn. Mit der Zeit übernahm sie immer mehr ungarische Minen. Ihre Tätigkeit als Bankier gab sie dabei nicht auf. Zwar brachte das Geldverleiherwesen ihr einigen Profit, sorgte aber auch beinahe für einen Bankrott. Als der größte Kunde unserer mysteriösen Person, der Kardinal Melchior von Mekau, verstarb, schuldete sie im Satte 300.000 Gulden. Eine enorme Summe, die sie nicht einfach so ohne weiteres an die Erben auszahlen konnte. Um zu verhindern, dass ihre Zahlungsunfähigkeit die Runde machte, beschloss sie, Eigeninitiative zu ergreifen. Persönlichkeit X streute das Gerücht eines Zweiten Testaments des Kardinals, womit sie indirekt die Legitimität des Ersten infrage stellte. Tatsächlich ging ihr Plan auf. Nicht nur so, dass sie Zeit gewinnen konnte, sondern auch einer der Haupterben des Verstorbenen, der Papst persönlich, verzichtete auf einen langen Prozess mit offenem Ende und akzeptierte lieber eine deutlich geringere Vergleichszahlung von nur 37.000 Gulden. Ein Grund hierfür war sicherlich, dass das Geld nicht auf das offizielle Kirchenkonto, sondern auf das Privatkonto des Pontifex gezahlt wurde. Doch wer jetzt denkt, dass man mit Geld trotzdem nicht alles kaufen kann, der lässt sich vielleicht von der nächsten Geschichte überzeugen. Denn unsere gesuchte Person machte nicht bei der Biegung von Gesetzen Halt, sondern beeinflusste auch Staatsbildungsprozesse aktiv mit. Die massive Expansion des Osmanischen Reiches zu Beginn des 16. Jahrhunderts trieb ihr mehr und mehr die Schweißperlen auf die Stirn, da die Streitkräfte der Osmanen zunehmend auch ihre ungarischen Minen bedrohten. Wie also löst ein schwerreicher Unternehmer solche Probleme in der frühen Neuzeit? Er legt schlicht die Grundsteine für einen neuen Staat, indem er seinen Stammkunden, den Habsburgern, die Verbindung mit dem ungarischen Königshaus anträgt und damit ihre militärische Stärke zur Sicherung der eigenen Besitzung verwendet. Auch die dazugehörige Hochzeit finanzierte unsere mysteriöse Persönlichkeit gleich selbst. Die so begründete politische Einheit hielt bis zum Zerfall Österreich-Ungarns am Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Am bekanntesten geworden ist Person X trotz all dieser Geschichten, von denen es noch die ein oder andere zu erzählen gäbe, vor allem wegen ihres sozialen Engagements. Die Wohnsiedlung, die sie in Augsburg stiftete und die ihren Namen trägt, gibt es bis heute und die Miete, die sich auf ca. 88 Cent beläuft, scheint angesichts der heutigen Mieten wie aus der Zeit gefallen. Als Unternehmer X 1525 in Augsburg verstirbt, hinterlässt er ein Vermögen, welches nicht selten als das Größte aller Zeiten bezeichnet wird, weshalb unsere gesuchte Person von einem ihrer Biografen auch als reichster Mann der Weltgeschichte bezeichnet wurde. Damit beschließen wir die heutige Folge Mystery Biography. Ich bin schon gespannt, wie viele von euch die richtige Antwort wissen und wünsche allen Teilnehmenden viel Glück beim Gewinnspiel. Schaltet auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mystery Biography, hier auf Campus Radio Karlsruhe. Bis dahin, alles Gute, euer Jan.